Liebe Genossinnen und Genossen, gerne hätte ich als ältester noch lebender ehemaliger Parteivorsitzender und ehemaliger Kanzlerkandidat gerade an diesem Parteitag persönlich teilgenommen. Meine gesundheitlichen Verhältnisse verbieten mir das aber. Deshalb melde ich mich auf diesem Weg zu Wort und grüße euch herzlich aus der Ferne. Einig sind wir uns sicherlich darüber, welche Botschaften von diesem Parteitag vor allem ausgehen sollen. Für mich ist die wichtigste, dass die sozialdemokratie wieder eine wirkliche Chance hat, den Bundeskanzler zu stellen und damit in einer Zeit neuer und vielfältiger Herausforderungen die politische Führung in unserem Land wieder zu übernehmen. Sicher haben wir auch in der Großen Koalition Beachtliches geleistet. Aber es ist ein Unterschied, ob wir die Nummer 1 oder eben nur den Juniorpartner sind. Dann ist deutlich geworden, dass zwei sozialdemokratische Grundziele wieder im Mittelpunkt unseres politischen Handelns stehen werden. Das ist einmal die Verteidigung der Demokratie und der Wertordnung unseres Grundgesetzes gegen ihre Feinde. Gerade im Blick auf unsere eigene Geschichte müssen wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern klar machen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern immer wieder erkämpft und verteidigt werden muss. Und dass dafür jeder Einzelne mitverantwortlich ist. Dazu gehört es, die Erinnerung an die furchtbaren Verbrechen des NS-Gewaltregimes. Und daran wachzuhalten, dass sie nur durch das Scheitern der Weimarer Republik möglich wurden. Gegenvergessen für Demokratie und nicht noch einmal, nie wieder, müssen deshalb unsere Leitworte gerade in der Auseinandersetzung mit den Kräften lauten, die unsere Geschichte umkehren wollen. Zum anderen geht es um die soziale Gerechtigkeit. Gewiss geht es unserem Land besser als den meisten anderen Ländern dieser Welt. Aber dennoch hat sich die soziale Kluft zwischen denen, die immer reicher werden und denen, die zurückbleiben, kontinuierlich verbreitert. Und es hat die Zahl derer zugenommen, die fürchten, sie könnten künftig zu den Absteigern gehören. Du, lieber Sigmar, hast schon bisher als Parteivorsitzender Hervorragendes geleistet und mehr als einmal starke Nerven bewiesen. Auch als Außenminister hast du dich inzwischen sehr gut eingearbeitet. Dein Meisterstück gelang dir aber Ende Januar dieses Jahres. Da hast du es geschafft, dass Frank-Walter Steinmeier als Präsidentschaftskandidat der Großen Koalition nominiert und inzwischen auch bereits mit ganz großer Mehrheit gewählt wurde. Zugleich gewandst du und benanntest du Martin Schulz als Kanzlerkandidat für die bevorstehende Bundestagswahl und als dein Nachfolger im Parteivorsitz. Dabei hast du dich persönlich in vorbildlicher Weise zurückgenommen und damit das weit verbreitete Vorurteil vom egoistischen Denken und Handeln der Politiker eindrucksvoll widerlegt. Das verdient großen Respekt. Und es sichert dir, lieber Sigmar, bereits jetzt einen festen Platz in der Geschichte unserer Partei. großen Respekt verdienst aber auch du, lieber Martin, für deine Bereitschaft, diese große Aufgabe zu übernehmen und für die Art und Weise, in der du sie bereits jetzt wahrnimmst. Du hast damit unsere Umfrageergebnisse auf eine Rekordhöhe getrieben und eine Beitrittswelle ausgelöst, die wir schon lange nicht mehr so erlebt haben. Den Grund dafür sehe ich in deiner Menschennähe und deiner Glaubwürdigkeit. Du verkörperst eben das, was die Menschen von uns erwarten. So gerade auch die Bewahrung der Europäischen Union, die zurzeit von außen wie von innen auf eine harte Probe gestellt wird. Nun, liebe Genossinnen und Genossen, geht an die Arbeit und helft Martin Schulz. Sprecht die Menschen an, hört ihnen zu, nehmt ihre Sorgen ernst und liefert einen Wahlkampf, der sich fundamental von dem unterscheidet, was wir gerade in den Vereinigten Staaten erlebt haben. Übrigens, trotz aller ermutigenden Zeichen, Bis zur Wahl sind es noch sieben Monate und gewonnen ist sie erst am Wahlabend. Aber unsere Chancen sind groß und ich möchte es noch erleben, dass nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder als vierter sozialdemokratischer Bundeskanzler Martin Schulz folgt. In diesem Sinn verabschiede ich mich mit dem traditionellen sozialdemokratischen Gruß, der auch weiterhin gelten sollte. Nämlich mit dem Gruß Freundschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und vergesst nicht, gerade am Ende dieses Parteitags ein gemeinsames Lied anzustimmen. Wohl am besten, wann wir schreiten, Zeit an Zeit. Denn das müssen wir gerade jetzt. Applaus Vielen Dank.